Heute, wir sind ja als Familienprogramm dazu verpflichtet und machen es gerne aus tiefster Überzeugung, heute geben wir für Sie wertvolle Bastelanleitungen. Osterschmuck fürs Traut der Heim. Eier ausblasen, Eier bemalen, den Osterstrauch dekorieren, alles nachher gleich bei uns zwei absolute Top-Gäste und Sie wissen, es gab ein bisschen unschönen Ärger um unser Zuwanderungsgesetz. Unser Bundespräsident Johannes Rau, danke, muss noch unterschreiben und Edmund Stoiber, der Kandidat, wie ihn viele ängstlich nennen, will Johannes Rau einen besonnenen Brief schreiben, in dem er ihm schreibt, bitte unterschreiben Sie diesen Brief. Johannes Rau zögert noch mit der Unterschrift, weil er hat Angst, wenn er unterschreibt, dass er ihm schnell eine SPD-Spendenquittung unterjubelt. FDP-Vize Rainer Brüderle, demnächst bei uns zu Gast, möchte ein All-Parteien-Gespräch. Das ist der rheinland-pfälzische Begriff für Weinprobe. Helmut Zerlet and the Easter Bunnies. Das hier muss ich nachher alles bedienen. Ja, klar. Eierfarben und dieses ganze Ding, hier Eieruhr und so weiter, das muss ich alles bedienen. Ja, wieso nicht, haben wir noch so abgesprochen. Ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja viel zu kompliziert. Für mich alles. Ach, klar. Das hier kenne ich noch aus meiner Zeit in der Studentenbude. Man hat vor sich hingeköchelt. Ja. Ist meistens mal schnell weggegangen, kam zurück, hat es vergessen und dann war das innen alles angebrannt. Ja. Heute Abend haben wir zwei absolute Top-Gäste, meine Damen und Herren, bei uns zu Gast. Ein echtes Genie. Ein Mann, der seit 17 Jahren Platz 1 in der Weltrangliste des Schach ist. Hat angeblich 2,5 Millionen Varianten im Kopf, was Schach angeht. Heute Abend, dieses Buch hat er mir geschenkt hier. Kasparov against the world. Heute haben wir uns die Schachlegende, Garry Kasparov. Und Mr. Kasparov spricht Englisch. Er spricht angeblich 15 Sprachen. Ja. Und ich habe festgestellt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie die Schachfiguren auf Englisch heißen. Wie heiße ich? The Tower? The King? The Queen? The Horse? The Jumper? The Runner? Can you move the Runner only diagonal? Und I always open with a farmer. Sagt man das? With a rancher. With a rancher. Da fiel mir gerade ein, ich sage, hello Mr. Kasparov, nice to meet you and I'm happy to meet a genius. Und da fiel mir ein, ich weiß nicht, was Bauer heißt im Schach. Heißes Bauer? Porn. Wie? Porn? Porn. The Porn? Ja. Ah, P-A-W-N. P-A-W-N, ja. Guck mal an. The Porn. What Helmut Alice knows. Unbelievable. Und Läufer heißt Bishop. Bishop. Deswegen hat er auch diese komische, diese klassische Figur, die haben immer so einen, so einen komischen Hut. So einen Schlitz hat er drin, genau. The Bishop. The Porn. Ach, deswegen, das ist aus That's Life. Ich habe mich immer gewundert, was das heißt. I've been a beggar, a d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Schachfiguren. Genau. Wie sind das Leute, Schachfiguren, die er da aufzählt? Ja, Bishop, Pawn and a King. Ach soo. Und was heißt der Springer? The Horse. Ich werde einfach nur Züge erwähnen, in denen Bishop und, äh, Pawn... Isn't it so that in modern... Chess... Oh, das ist auch wichtig damit. Chess. Chess heißt Schach. Chess. Ganz wichtig zu unterscheiden von Jazz, Jazz. Kann man schon mal wegnuscheln. Jazz. Do you play Jazz? No, I mean with the pawn and the bishop. Yes, Jazz. Gibt auch ein Musical, das Jazz heißt. Hab ich mal gesehen, hat einen großen Hit. Und? One night in Bangkok. Kennst du nicht? Ja, klar. One night in Bangkok, make the whole world. Das ist Jazz aus dem Musical. Echt? Von Björn Ulveus. Das sind doch diese zwei, die man nie unterscheiden kann, diese Knäckebrot-Erben. Von Benni, Babi, Abba und Agneta. Ach, die haben das geschrieben. Ne, nur Börn und Börbi. Wie heißen denn die Abbas? Agneta, Anna, Fried? Benni und Björn. Benni und Björn. Ja, und das hat Björn geschrieben. Björn Ulveus. Björn Ulveus. Das ist Mr. Kasparov, The King of the Pawns. 2,5 Millionen Varianten. Unglaublich. Und meine Damen und Herren, eine tolle Sängerin, die zum letzten Mal bei uns war. Die Anker hat nochmal nachgeguckt. Am 8. November 1996. Das hier ist die neue Single Soak Up the Sun. Und das ist die neue CD, die demnächst erscheint. Come on, come on. Live hier bei uns mit Ben, großartige Frau Cheryl Crow. Nächste Aktion hier für mich, Wasser anmachen. Ja. Hallo. Na du kleiner Topf. Kennen wir uns nicht. Tolles Wortspiel, oder? Sag mal Wasser, du bist ja schon ganz nass. Das ist die Moderatoren-Vollidioten-Service. Schon vorgewärmtes Wasser. Ja. Aber ich brauche sie nicht, denn Technik ist meine Welt. Und hier stellen wir gleich mal, boah, hat das mittlerweile viele Stufen. Ja. Zwölf. Ich mach auf sie höchste. Ja. Denn ich muss ja die Eier warm machen. Zu meiner Zeit im Studentenwohnheim hatte es nur drei Stufen. Und jetzt, hör mal, stufenlos. Das ist, glaub ich, von Modell zu Modell unterschiedlich. Wirklich? Gibt's die guten alten auch noch? Ja, mit Sicherheit. Wahrscheinlich in diesem Versand, wo es gibt's hier noch die guten Dinge. Tu mal den Deckel besser runter. Den Deckel runter? Wieso? Ja, der wird schweineheiß. Der Deckel wird schweineheiß? Ja. Ist das nicht isoliert? Ist das wie so ein Billig-Pott? Ja. Aber ich möchte mir eigentlich dieses hier nicht entgehen lassen. Ha, ist das heiß! Ja, okay, dann mach's. Ha, ist das eine schön... Magische Fähigkeiten. So. Da mach ich nachher das Ei. Heiß. Ja, hoffentlich komm ich überhaupt dazu. Wir haben auch zu viele Geschenke gekriegt. Und Garry Kasparov wurde geboren in Baku in Aserbaidschan, meine Damen und Herren. Und ich zeig Ihnen mal kurz, wo das ist. Aserbaidschan. Aserbaidschan liegt am Kaspischen Meer. Hier, schauen Sie mal. Hier, hier wurde Garry Kasparov geboren. In Aser... Hier. In Aserbaidschan am äußersten Rand der ehemaligen Sowjet-Union. Hier. Aserbaidschan. Hätte man auf Anhieb auch nicht gewusst, oder? Ne. Obwohl man es häufig in Nachrichten gehört hat, jetzt hört man es nicht mehr so häufig in Nachrichten. So. Hier ist ja alles so wahnsinnig voll. Das irritiert mich. Weißt du, normalerweise ist es ja nicht so voll. Das ist irritiert mich. Warum steht dieses Wasser hier? Zum Abschrecken? Ja, das ist kalt, oder? Ist kalt, ne? Ja, ist kalt. Ah, es ist kalt. Das ist der Eierlöffel, in dem ich es abschrecke. Das ist... Ja, genau. Und das hier sind die ganzen Farben. Kann ich das alles überhaupt bedienen? Ja, klar. Ich erkläre dir das. Oh, das ist aber schön hier. Das ist der Palmzweig, wie man sagt. Ist das ein Palmzweig? Das ist ein Osterstrauch. Ja, genau. Wie heißen die denn? Sind das Forsizien? Keine Ahnung. Ich kenne jetzt seit neuestem so ein paar Pflanzen und versuche die immer anzubringen. Bougaville, Forsizien, oder ist das Rhododendron? Oder ist das, wie heißt das, das fleißiges Liebchen? Lieschen. 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 Wie heißen denn diese Pflanzen hier? Die Knospen ja schon. Das sind keine Weidendings? Ne, ne? Ja. Helmut sind das Weiden? Wie? Keine Ahnung. Für mich ist alles Ginster. Für Helmut ist alles Ginster. Ach so. Ja, für mich sind zum Beispiel alle Nadelbäume Fichten. Ja, weil ich natürlich nichts unterscheiden kann. Und Tanne wirkt für mich zu popelig, also sage ich, wunderbar, diese Fichten. Dabei sind das manchmal Thujas. Was war das hier? Es sind Schlingweiden. Schlingweiden? Schlingweiden. Was heißt Weide auf Englisch? Willow? Keine Ahnung. Willow, yes. The wind and the willow blows. Blueberry hill. The wind and the willow blows. Love sweet melody. For all the work vows we made. Uh, vielleicht könnte ich bei Mr. Kabarow das Gespräch eher auf Fettsdomino lenken. Weil ich da von dem Vokabel her... Hi, how was your last movie? Das sind Sätze, die ich flüssiger drauf habe. Dieses Schachvokabular habe ich überhaupt nicht denn. How important is the pawn in chess? Das müsste eigentlich schon reichen, oder? Are you shocked when you lose the queen? I used to play chess in my Volksschule. I always try to protect the queen with the bishop. Which cost me two pawns, all the pawns. And do you cheat? Heißt betrügen sie. Cheat heißt... Do you cheat? Das geht schon, das geht schon. Er macht häufig Urlaub in Kroatien. 50 Tage im Jahr. You spend 50 days a year in Croatia. Is it beautiful, sir? How do you like our willow? My last willow. My last willow. All the two million willows in my garden go to my family. Bei der Testamentseröffnung. So. Die Häuser, das betrifft sie nicht, aber sie haben 2000 Schlingpflanzen geerbt. Hier, Mr. Kasparov hat mir eine Widmung reingeschrieben. To Harald Schmidt, to your continued success. Thank you. Very optimistisch. To your continued success. Gary Kasparov, born in Baiku. Und Cheryl Crow, live. Tolle Nummer. Und tolle Platte. So eine richtige CD, die man durchhören kann. Es gibt ja viele CDs, da kann man nur einen Titel hören oder so, und dann die andere nicht mehr. Aber die kann man durchhören. Das hier habe ich gezeigt. Jetzt kommt diese ganzen Eier hier. Wozu brauche ich denn Essig? Ach so, für das Eierfärben. Ja. Hoffentlich komme ich überhaupt dazu, zu diesem Eierfärben. Das wäre meine große Angst. Ah, was macht mir das Wasser? Ha, ha, ha. Nein, das ist ja isoliert. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Es kocht, es kocht, es kocht. Aber es ist isoliert. Weil, was ich mich frage, ob Stanke jetzt bei SternTV den Schlauch schon wieder raus hat. Sie zu Hause wissen das. Sie zu Hause wissen das. Zappen Sie mal kurz rüber, aber nur kurz. Und, schon, schon vorbei? Wir haben versucht das rauszukriegen, aber die Kollegen von SternTV wussten das auch nicht und halten es auch sehr geheim. Ja. Denn sie mussten ja noch dieses tolle, aufregende Fußballspiel. Deutschland gegen USA. Hat Rudi eigentlich jetzt acht Freiwillige gefunden, die mitmachen? Das wissen wir auch nicht, wie das ausgegangen ist. Und, äh, schauen Sie sich das ruhig an. Aber sobald der Schlauch wieder draußen ist und Mütze Stanke umarmt, ja, wieder zu uns zurückkommt. Ich glaube, das hier wird nicht heiß, weil das ist doch ein anderes Metall. Also, eben war es in der Probe sehr, sehr heiß. Ja, aber das leitet doch nicht. Das unten ist doch PO4 und das oben ist der H2N03. Ja, genau. Und das leitet ja nicht, weil die Protonenzahl im äußersten Ring kleiner ist als Alpha. Jetzt trage ich erstmal vor Österreich ins Klasse. Oh, die Umfrage mit der Politik, das ist hier das hier. So, jetzt trage ich erstmal, Vorsicht, das ist heiß hier. Nicht, dass er euch verbrüht. So ein Standardsatz. Nicht, dass er euch verbrüht. Jetzt trage ich erstmal ein. Wer ist krank? Krank ist Gisela. Gisela, krank, entschuldigt. Wer noch? Niki hat Sonderurlaub. Sonderurlaub? Ja, Sonderurlaub. Wegen besonderer Tapferkeit vor dem Feind oder warum? Nein, es hat einen besonderen Anlass, so wie... Familiär? Genau. Zu familiär, um es hier zu sagen. Ja. Sag's mir nachher leise. Ja. Niki. It boils. My water is brutals. Can you show it? Or beschlagt sich se Linse. Live inside 1, kochendes Wasser. Wahnsinn. Would you like a cup of tea, Mr. Gasparov? I put the water runter. Yes. Stell mal das Wasser klein. Und vor? Bitte? Und auf 4? Auf Stufe 4. And I put the deckel schräg. Wird das doch heiß. Ja, aber nicht von innen, sondern von außen, von diesem Dampf. So, heute ist... Ist heute Mittwoch? Ja. Der 27.3. Ja. Thema war Unterschrift. Bundespräsident und Chess und Stankeschlauch. Ich frage mich, ob sie sehr geschlaucht wirkt. Können Sie mal rüberschalten? Aber gleich wieder zurück. Kurz. Und? Noch im Koma. Okay. Okay. So, wir werden das ja heute Abend sehen. Wir werden das morgen hier nachbesprechen. Ja. Ich werde das auch vergleichen, ob es besser war als meine Damenspiegelung, die ich bisher hatte. So. Sonst waren dann natürlich Cheryl Crow live. Das ist natürlich ganz wichtig. Cheryl Crow live. Und Schach-Genie Gary Kasparov. So. Jetzt kommen wir zu unserer Politiker-Umfrage. Und morgen ist ja schon unsere letzte Sendung vor den kleinen Osterfeiertagen. Und morgen kommt auch wieder die große Abstimmung. Wie entscheidet unser Team? Ja. Wie wählt unser Team? Denn unser Team wählt natürlich auch. Wenn morgen Wahl wäre, Bundestagswahl, dann würde unser Studiopublikum wie folgt wählen. Wahlberechtigt heute 244 Damen und Herren. Gültige Stimmen 222. Entspricht einer Wahlbeteiligung von 91 Prozent. Merkst du euch, dass ich diese lockere Karl-Heinz-Köpp-Geselich-Haltung mittlerweile drauf habe? Früher hatte ich immer diese Anfänger. Hoffentlich fällt mir das Blatt nicht aus der Hand. Jetzt habe ich diese Tagesschau-Sprecherhaltung. Und nun das Wahlergebnis, meine Damen und Herren. Da gab es mal Riesenaufregung, weil Karl-Heinz-Köpp-Geselich im Urlaub ein Schnauzbart hat wachsen lassen. Können wir auch mal ein Schnauzbart wachsen lassen. Im Urlaub vielleicht oder so. Vielleicht auch nicht. Du bist doch nochmal nach dem Urlaub mit so... Ne, bist du nicht mehr mit so einem Bart? Ne, wir hatten mal einen Bart angeklebt. Ja, genau. Nach dem Urlaub. Aber Karl-Heinz-Köpp-Geselich. Und hat einen Prozess geführt gegen Wilhelm Stöck. Weil Wilhelm Stöck angeblich, als er gekündigt wurde, immer Geraschelt hat im Off, während Köpp-Geselich vorgelesen hat. Das stört auch. Mach mal, raschel mal ein bisschen, wie sehr das stört, wenn ich lese. Und nun das Wahlergebnis. Der stört schon. Also mich stört's. Mich stört's. Ja. Mach nochmal. Das raschelt. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, ob nicht Köpp-Geselich bei Stöck geraschelt hat. Ich auch nicht. Du kennst die beiden gar nicht mehr. Das war vor deiner Zeit. Natürlich. Kennst du eigentlich noch Basteln mit Tante Erika? Das war früher der Knaller, oder? Im Bayerischen Rundfunk. Basteln mit Tante Erika. Da hab ich dran gedacht. Hm, das riecht schon sehr verbrannt. Als ich jetzt hier mit den Eiern... Wenn morgen Bundestagswahl wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wie folgt. Auf die CDU, CSU 25,2 Prozent. Die SPD 27,9 Prozent. Die Grünen 15,3 Prozent. Die FDP 24,3 Prozent. Und die PDS 7,2 Prozent. Das heißt, FDP deutlich über 20 Prozent. Und Grüne auch stark wie selten. Ja. Der Trend verschiebt sich. Er geht eindeutig zu Lasten der beiden Großparteien. Morgen, meine Damen und Herren, wissen wir mehr. So, jetzt, wie gesagt, das sind unsere Schling. Unsere Schlingweiden. Schön schon mit diesen kleinen Knospen dran. Das war ja meine Abi-Frage in Biologie. Wie kommt das Chlorophyll in die Pflanze? Das ist aber doch... Ich weiß es auch nicht mehr, aber relativ einfach, oder? Ich hab's nie gewusst. Und jetzt passiert Folgendes. Wir kommen jetzt zum Thema Singlesprech. Der Single macht sich ein Frühstücksei. Das heißt, er sagt alles vor, was er macht. So, jetzt nehm ich gleich mal den Deckel hier weg. Es geht. Wenn man's länger hält, wird's heißer. Aber kein Mensch hält das ja so lange. Verstehst du? Es sei denn, du bist Comedy-Star und nimmst den Deckel runter, ins Telefonklingel und machst, hallo? Ah, ah, ah. Pfff. 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 Schon wieder vorbei. Applaus Applaus Jetzt nehme ich mal hier diese frischen Eier. Sagen wir, ob der Ablauf der Handlung korrekt ist. Diese frischen Eier von frischen, freilaufenden Hühnern und die lege ich jetzt hier ein. Du musst erst Löchler machen. Mach ich nie. Ach, die platzen doch dann. Nein, ich finde, dass die, mir gefällt das, wenn die Eier platzen und dann bilden sich so Schlieren außen rum. Das ist für mich so eine Art Rohrschacht-Test für die Landbevölkerung. Weil ich sehe dann immer so Figuren in diesen Schlieren an den Eiern außen dran. So, Löchlein rein, das kann ich natürlich auch nicht. So. Mach es, damit Sie es besser sehen können. Ah, eins ist schon drin. Und... Drücken. Jetzt kann ich es reingeben. Muss das nicht kochen, richtig? Zu sprudeln? Ja, eigentlich schon. Ja, weil ich es auf vier gestellt habe. Ja, dann mach es mal wieder hoch. Ja, mach es mal wieder hoch, also vier. Noch eins? Ja, du kannst ja mal eins ohne Löcher reintun. Das Experiment. Und das nächste eingebe ich mal ohne Löcher. Okay. So, da brauchen wir eine Eieruhr. Ist das hier eine Eieruhr? Ja, du kannst jetzt aber direkt die Eierfarbe mit dazu tun. Die Eierfarbe? Und ein bisschen Essig. Die Eierfarbe und ein bisschen Essig. So zwei Esslöffel. Italienisch. Gemacht hier mit dem Esslöffel. Das ist Tafelessig, ja? Ja. Winnegar aus Brandwein. Man kann ja heutzutage sozusagen als Halbintellektueller nicht mehr einfach Essig kaufen. Nein. Es muss ja irgendwie Moschino-Essig sein oder Essig aus dem Barrique oder aus dem Baruck oder aus dem Barrette. Ich weiß nicht was. Also Essig an sich geht nicht mehr. So. Ist das die Eieruhr? Ja, aber du das Färbemittel hast jetzt vergessen. Das ist dieses Tütchen Iris, heißen die, glaube ich. Dieses kleine Tütchen. Das kleine Tütchen Iris. Iris-Eierfarben. Genau. Aha. Oh, hier sind ja auch die Malstifte und hier sind die Eierfarben zum Marmorieren und das hier sind die Bänder. Das ist ja immer das Allerschwierigste, das Band ranzukriegen. Und ich muss ja noch auspusten. Ja. Aber doch nicht die harten. Nein. Jetzt gebe ich mal die Eierfarben rein. So. Einfach aufmachen und reingeben. Naja eins, eins, eins. Wie eins? Sind das mehrere da drin? Ja, das sind unterschiedliche Farben. Kennst du das? Nur vom Zugucken, wie es andere gemacht haben. Ich habe es als Kind schon nie gerne gemacht. Ich gebe mal dieses Grün da rein, oder? Ja. Oder Blau? Ja. Grün oder Blau? Was ist das? Machen wir mal Blau. Blau. Wie geht das auf? Ih, das bröselt. Ist das giftig? Oh, das ist aber ein schönes Blau. Kann man das mal sehen? Ich kann es mal euch da hinten zeigen. Ein schönes Blau. Ja, super. Ist das nicht eher Indigo? Möglich. Was hast du eigentlich für Stroh da auf dem Tisch? Bitte? Was ist das für Stroh? Ich bastel so ein Heutierchen. Oh. So ein Hähnchen. Das ist aber mit das Schwierigste. Oh, das geht. Ein Heutierchen. Ein Heutierchen. Hast du keinen Heuschnupf oder so eine Allergie? Doch, aber... Ich brauche jetzt dringend eine Allergie, habe ich festgestellt. Wenn du keine Allergie hast... Jawohl, das ist Basteln wie bei Mutti. Auf. Jawohl. Manuel Andrag oder wie wir früher in der Zone gesagt haben, IM-Laubsäge. Diese Heutierchen sind ja mit vom Schwierigsten. Ja, aber ich habe heute Mittag geübt. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist jetzt der Schnabel hier, dieser Holz. Mh-Mh, ich stelle mal hier runter ein bisschen. Mh-Mh-Mh, das Blubbad. Kannst du mal die Eier zeigen, die wir geschickt bekommen haben? Oh, die sind ja... Also, da muss man wirklich sagen, liebe Lucia, 65 Jahre alt, aus Duisburg, hat uns bemalte Eier geschickt und das muss man sagen, das sind kleine Meisterwerke. Das sind kleine Meisterwerke. Schauen Sie mal, schauen Sie mal das hier an. Ganz vorsichtig, da muss man damit umgehen. Motive aus der Show gemalt. Kann ich die hier an die Schlingweide hängen? Na klar. Aber nicht, dass uns die kaputt gehen. Ja, passt gut auf. Eins ist mir schon mal runtergefallen, das hat Sven geklebt. Ja, das ist der scharfe Sven, hat das kaputte Ei geklebt, das ist das hier. Und der scharfe Sven hat bald seine eigene Internetshow bei uns, ab 4. April, glaube ich. Ja. Unter www.schmidt.de, die Sven-Olaf-Schmidt-Show. Sven heißt auch Schmidt mit Nachnamen. Es werden nur Mitarbeiter eingestellt, die Schmidt heißen, damit ich mich leichter merken kann. Und das sieht aber toll aus. Da wird einem schon richtig österlich zumut. So, guck mal hier, ist doch schon toll, oder? Das ist aber doch toll. Super, oder? Ist das ein Hähnchen? Das ist ein Hähnchen, kriegt doch noch Federchen. Oh, das ist ja das Schöne bei diesen Bastelabenden, dass man dann dabei so auch redet. Weißt du, Werner, das ist ja was sehr, sehr Kommunikatives. So, jetzt müssten aber meine ersten beiden schon soweit sein. Ich hole die mal, jetzt habe ich die Eieruhr gar nicht gestellt. Wie funktioniert eigentlich diese Eieruhr? Die muss so unten drehen. Und da ist so ein Fensterchen und da... Wo ist dein Fensterchen? Da, da, nach vorne jetzt. Ach so, oh, jetzt habe ich schon auf 28 Minuten gestellt. Null? Ja, was ist das denn? 55, jetzt kann man es durchdrehen, ist ja kaputt. Ich mache mal zwei Minuten, um zu hören, wie die klingen. Lachen wir mal eine Minute. Um zu hören, wie die klingen. Ist aber auch süß. Was sich diese Eierindustrie alles einfallen lässt. Schau mal, so kleine Teekesselchen. So, jetzt hole ich die mal raus. Kann ich die schon rausholen, oder wie lange müssen die drin bleiben? Na, ich würde es noch drei Minuten. Du kannst ja mal ein Ei ausblasen zum Aufhängen. Ja, ich... Ich blase jetzt mal ein Ei aus. Das war ja immer das, was man als Kind am liebsten gemacht hat. Also ich nicht, aber die anderen. Dazu muss ich es anpiksen. Ach so, man drückt das von unten so hoch, das wusste ich nicht. Einmal. Hilfe, da muss ich aber die Löcher ein bisschen größer machen, oder? Ja, das ist auch eine Sicherheitsnadel und ein Korkenzieher, wenn die das ein bisschen größer machen will. Aber vorsichtig. So. Kann man die nicht vorgebohrt dahin stellen? Soll ich hier mal eins bohren? Ja. Mit der Sicherheitsnadel geht das ganz gut. Ach, mit der Sicherheitsnadel geht es besser, ja. Ich weiß nicht, hier ist die Sicherheitsnadel. Hier ist die Sicherheitsnadel, hier sind Eier. Bitte. Soll ich größer, ja komm, noch größer. Ja, mach mal ein bisschen größer, da krieg ich doch nichts raus. Ja, jetzt sind sie recht, sehr groß. Mach's nicht kaputt. Nee, nee. So. Ist leer. So, jetzt kann ich das bemalen mit diesen schönen Osterei-Maler, fünfmaler mit Lebensmittelfarben. Aha. Ich mal mal mit Rot, fang ich mal an. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute aus, produziert wird das in Nesselwang. Oh, im Allgäu. Ja, ein Osterbier. Süß. Mit deinem Häschen drauf. Ja. Was soll ich ihn draufmalen? Ein lustiges Gesicht mit Ohren. Ostern, das passt doch nicht. Ich mal vielleicht eine Blume, oder? Ja, aber mit mehreren Farben. Hä? Oh, ich habe keine Lust. Ich hatte schon als Kind keine Lust zum Eier bemalen. Das einzige, was ich immer gemacht habe, war in der Bäckerei, Eier geklaut, Schokoladeneier. Gucken Sie mal, ich klaue jetzt, herauf mit dem Quatsch. Jetzt haben wir hier, die Farbe ist jetzt okay, oder? Ja, jetzt ist es okay. Jetzt können wir mal rüberholen, dann abschrecken. Ja. Eine schöne Farbe. Super. Ist das dieses berühmte Yves Klein Blau? Nein. Ja, sehr intensiv. Bitte? Und das macht einigermaßen Spaß, aber fiel eigentlich auch nicht. Diese ganze Bastelei war nie meine Welt. Und du siehst, das angestochene Ei und das nicht angestochene Ei. Kein Unterschied in der Verarbeitung. Naja, willst du es jetzt essen? Wahrscheinlich sind die auch nicht richtig gut. Ob das schon hart ist? Ich mache den Test. Gibt es ja diesen Film, wo Paul Newman 40 harte Eier isst. Ja. Es ist hart. Haben wir Salz? Nö. Es ist nicht ganz hart, aber es hat eigentlich den idealen Härtegrad. Es ist okay. Schmeckt gut. Es ist okay. Schmeckt gut. Wir müssen wir nicht machen da machen, aber wir wollen. Seit 17 Jahren Platz 1 der Welt, Ranglist im Schach Garry Kasparov. Vielen Dank.